Sonntag ist Demotag. Auf geht's nach Mannheim zur Querdenker-Demo in den Luisenpark. Berlin wurde gerade eben abgesagt oder soll aufgelöst werden. Da geht's gerade richtig ab. Bin mal gespannt. Mannheim mit Sicherheit sehr angenehm, da die Polizei in Mannheim inzwischen voll auf unserer Seite ist. Die Schnauze gestrichen voll hat. Deshalb kommt nach Mannheim im Luisenpark bei dem schönen Wetter. Das wird ja heute mega, mega geil. Und gleich die Vorankündigung. Nächste Woche Samstag ist nochmal eine Riesendemo in Mannheim im Schlossplatz geplant. Da sind ja schon die Infos draußen, welche Sprecher da alle da sind. Also nächste Woche Samstag, Megademo in Mannheim. Heute sind wir im Luisenpark. Also genießt den schönen Sonntag beim großen Erwachen in den letzten Tagen der Bundesrepublik Deutschland. Es ist mega geil. Haha.